Welcome back! Da stellt man sich jetzt die Frage, der Schnee oder Bitcoin? Na, eigentlich ja beides. Es war ein richtig schönes, aber auch sehr, sehr kaltes Wochenende. Aber auch für Bitcoin, nach 19 Monaten wieder zurück, über 40.000 Dollar. Ich glaube, das ist schon ein schönes Comeback. Und da gibt es jetzt sehr interessante Niveaus, die sich gerade bilden. Denn die Bullen wollen nicht mehr unter die 40.000 Dollar kommen. Und die Bären, so sieht es zumindest in den Orderbooks aus, geben aktuell Kleinbein. Warum und weshalb, wir sehen uns gleich nach dem Intro. Hau von Likebutton und mein Abo völlig kostenlos. Wir starten natürlich sofort mit dem vierten Greed Index. Ja, der Gefühlsparameter im Kryptomarkt schlägt die Zahl 74. Das könnte diese Nacht nochmal ein bisschen nach oben gehen. Also wir schauen uns das Ganze noch etwas genauer an. Ganz, ganz wichtig für alles, was jetzt damit zu tun hat, ist unter anderem auch Evergrande. Evergrande, wer hätte es gedacht, kriegt nochmal einen Aufschub. Irgendwie schon der 10., 20., ich weiss es nicht. Der 29. Januar, dann im kommenden Jahres, wird das Ganze nochmal neu bewertet von der Richterin. Und ja, wir reden hier immer noch von 300 Milliarden US-Dollar. Und ja, sind sehr, sehr viele amerikanische Unternehmen eben auch damit gefangen. Unter anderem auch Banken. Ja, und warum das jetzt eben gerade ein bisschen für Erleichterung schlägt, ist natürlich unter anderem dann auch für den Zinsfaktor. Also man hat das Gefühl, als Ökonom, dass man versucht, solche Unternehmen ein bisschen herauszuzügen. Und klinisch werden die tot. Aber man versucht, das jetzt einfach ein bisschen herauszuzügen. Denn die Worte, die wir natürlich auch von Jerome Paul mitbekommen haben, geben uns natürlich nochmal ein bisschen Hoffnung für die Märkte. Und wenn man das Ganze natürlich auch hier nochmal ein bisschen reflektiert, jetzt für den Mai 2024 geht man schon mit über 53% darauf ein, ja, es gibt eine Zinssenkung, also auf das Q2. Kann also sehr interessant sein, würde sich decken mit meiner makroökonomischen Forecast sozusagen. Bin auch gespannt, wie ihr darüber denkt. Eure Meinung ist immer willkommen unten in den Kommentaren. Nun, was passiert also? Jetzt gehen wir nochmal kurz Resümee und überlegen, okay, was passiert denn, wenn die Zinsen senken? Naja, die Staatsanleihen fallen natürlich ebenfalls. Das bedeutet, die grossen Anleger, nicht die kleinen Miniaturfische oder Shrimps, wie wir es sind, sondern wirklich die grossen, die schieben das natürlich jetzt um. Die melzen jetzt um. Denn jetzt ist ja gerade interessant, nochmal Gold nachzukaufen. Der Goldpreis hat natürlich einen Rekordhoch erhalten, jetzt von 2.135 US-Dollar. Also richtig in der Spitze. Aber natürlich nicht nur Gold, sondern natürlich auch Bitcoin und Co. Aber da kommen wir gleich dazu. Hier auch ganz klar wird, ich habe den Text ins Bild reingehauen, dass ich nicht immer so viele Screens mit euch sharen muss, dass es für euch auch ein bisschen einfacher ist. Ja, man sieht, dass die grossen Wertpapiere jetzt umgewälzt werden in Gold. Auch hier wird das nochmal deklariert, weil eben die sinkenden Zinserwartungen bevorstehen. Passt also alles mit dem, was wir eigentlich vorausgesagt haben und es bleibt sehr interessant. Hier muss ich zwei, dreimal schauen. Manchmal morgen früh, manchmal ein bisschen müde, verschwommene Augen. Ich habe schon überlegt, sind wir schon im 25 oder im 24? Naja, Cash hat hier tatsächlich einen groben Fehler gemacht. Und zwar schreibt die hier, damit hat die grösste bekannteste Kryptowährung der Welt seit ihrem Jahrestief von 26.533 Dollar am 11. Oktober um 51% zugelegt. Also unser Jahrestief war nicht bei 26.533, sondern es war bei 16.499 Dollar. Je nach Börse, ein paar Dollar zerquetschte hin und her. Ja, und das komplette Tief eigentlich aus diesem BM8 war ja bei 15.500. Also hier haben sie es komplett zerlegt. Aber auch die 69.000 Dollar, sind die wirklich noch so weit entfernt? Auch das will ich natürlich mit euch dann noch ein bisschen genauer anschauen, aber bleibt sehr, sehr spannend. Wenn man aktuell ein bisschen auf die Onchain-Daten achtet, sieht man, dass die grossen Wale ein bisschen verloren haben oder eben jetzt Gewinne realisiert haben. Auch das ist natürlich möglich. Das sieht man natürlich dann wieder auf der nächst kleineren Einheit, weil da ist es dann wieder angestiegen. Das heisst natürlich nicht, dass die jetzt die 10.000 Bitcoins haben, 10.000 Bitcoins verkauft haben, vielleicht nur 1.000. Und da sieht man natürlich, dass jetzt eben die Wallets der Tausenden nochmal gestiegen sind. Das ist oftmals so ein Reflektor aus der ganzen Story heraus. Aber auch hier, sehr interessant. Und wenn wir jetzt rein datenbasiert mal reingehen, sehen wir, dass die Bären einen massiven Rückzug vollzogen haben. Aktuell, wir haben sozusagen noch ein Zyklus davor, waren wir bei knapp 500, 600 Bitcoins, die gelagert waren für den Gegenkampf bei 42.000 Dollar. Aktuell hat sich der massiv verkleinert auf 250. Es gab also jetzt eine Umschichtung. Man hat also gesagt, gegebenenfalls, wenn es keinen Spread nach oben gibt, wechsle ich meine Strategie und baue mir dann einen Support auf. Auch das ist sehr gut möglich. Auch weiter oben, erst bei 45.000, sehen wir die 216 Bitcoins liegen. Das sind aktuell zum aktuellen Volumen, was wir ein bisschen sehen, eigentlich so ein bisschen dünnes Papier. Aber wir haben natürlich auch hier die Gegenwehr der Bullen. Wenn man das jetzt anschaut, wollen die Bullen aktuell um jeden Preis jetzt die 40.000 Dollar halten. Wir sehen, bei ungefähr 40.000 liegen 603 Bitcoins in den Startlöchern. Bei 40.200 sind es 228.000. Wir haben noch weiter oben dann, noch bei zwischen 40.000 und 40.000, 4.000, nochmals 217.000. Dann haben wir weiter oben 229.000 und dann noch mal knapp bei 40.000, noch mal 206 Bitcoins. Also wir sehen, dass das sehr, sehr eine starke Wall aufgebaut wird für die Bullen. Und ich persönlich finde das sehr interessant und spannend, wie sich die Psychologie plötzlich der Anliegen noch mal ein bisschen ändert. Natürlich ist immer noch das Gerücht im Raum, Januar steht kurz davor, wir sind im Dezember. Und zwischen Januar bis März sollten so einige Spotitiefs bewilligt werden, solange eben da nichts anderes kommt. Aber wir schauen uns das gemeinsam natürlich im Chart an, weil ich finde das sehr interessant. So, was ist denn aktuell passiert? Wir sind im Weekly Chart hier, logarithmisch, ganz, ganz wichtig. Und wir sehen, wir haben das Target heute sozusagen, also in der letzten Woche, bis und mit Sonntag, haben wir hier perfekt erreicht. Habe ich euch gestern nochmal gepostet in der Telegram. Und heute sind wir hier an der R3 angelangt. Also sehr an der Spitze hier bei 41,8 plus minus liegt aktuell der Widerstand. Was sagen die Indikatoren? RSI müssen ehrlich sein, völlig überhitzt. Das ist so, weil natürlich unter anderem auch das Gerücht mitgekommen ist. Aber wir haben jetzt auch schon eine gewisse Zeit ein Bullish & Cross bei der J-Ribbon gesehen, die uns sehr nach oben gehen. Und die dementsprechenden EMAs fächern sich gerade wunderschön auf. Ein Korrekturniveau, wie wir jetzt eigentlich gesehen haben, das heisst, dass sie gar nicht mehr zulassen wollen, dass wir unter 40.000 Dollar kommen, muss man schon auch mit Vorsicht geniessen. Wenn man nach der J-Wave-Technik geht, kann man hier schon sagen, okay, wir haben hier schon nochmal Potenzial, tiefere Tiefs zu sehen. Also hier Richtung 35,300 und 27 bis 26 mit dem Worst Case liegt immer noch bei EMA 200. Man muss auch ehrlicherweise dazu sagen, dass eigentlich eine kurze Abkühlungswelle hier Richtung 35,330 gesund wäre. Was mir aber gefällt, ist, dass der Aufwärtstrend im logarithmischen Bereich weiterhin schön intakt ist. Also wir gehen immer mehr in diese Richtung. Und ihr mögt euch vielleicht erinnern, ich habe euch allen gesagt, Leute, fangt lieber an zu akkumulieren für den weiteren Auftrieb, als jetzt irgendwelche Shorts zu machen. Geht ganz gemütlich nach oben, nutzt Fächerstrategien bis zum Worst Case oder Bad Case. Hier hätten wir das Bad Case, schön runter, immer noch Fächerstrategien nutzen, Greeds, sagt man so natürlich auch in der Fachsprache. Wäre sehr, sehr interessant. Wir nähern uns immer mehr, wieder an der oberen Trendlinie, Richtung über den 60.000 Dollar. Wo wäre denn aktuell im Weekly Chart unser nächstes komplizierte oder besser gesagt schwierige Level? Das wäre hier tatsächlich bei 46,500 Dollar plus, minus, ja, hier ziemlich genau. Das wären 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, knapp 8 Attachments. Passt also bei 46,5, 46,6 wäre das nächste Resistance Level. Das bedeutet, aktuell wäre die R2 auch hier bei 34,6 eigentlich so eine aktuelle Supportschiene, eine S1. So, das mal aus dem Weekly heraus, sehr interessant, Korrektur habe ich euch jetzt gesagt, das Grüne nehmen wir hier weg. Das bleibt auf jeden Fall sehr interessant. Wir bräuchten jetzt auch eine schöne Gegenwelle, damit wir nochmal ein neues Tief in der kurzfristigen Fassung herausziehen können. Wir sehen aktuell hier die MECD immer noch relativ stabil. Das Volumen aber aktuell könnte abflachen und Richtung einer Bulltrap weisen müssen wir also ein bisschen aufpassen. Das im Weekly Chart. Dann haben wir die Pitchfork, die uns hier natürlich schön begleitet. Im Bereich, das können wir rausnehmen, die hatten wir schon. Mal schauen, wie gross eine Korrektur jetzt noch sein könnte, hier auf die untere Trendlinie. Bei 29 bis 28 wären 25%. Also wir sind bei der Pitchfork sehr spannend hier bei diesem Support Level abgelehnt worden. Und das geht natürlich jetzt nochmal ein bisschen tiefer. Auch das beobachten wir natürlich weiterhin. Worauf wir auch achten sollten, ist hier natürlich, wir sehen hier ganz schön die J-Ribbon, die sich auch hier anfängt Bullish zu crossen. Aus dem 12-Tiles-Chart. Auch das bleibt sehr, sehr spannend. Wenn man die Levels anschaut, dann gab es natürlich auch hier leichte Verschiebung jetzt. Wenn man vom Höch ausgeht oder vom High, wo wir aktuell sind, dann wäre eine Korrekturanlauf plus minus 37.000, 36.000 Dollar. Und hier unten hätte man nochmal die 28,7 bis 29,8 zum Bad Case. Jetzt, ich denke aber immer noch, dass dieser Widerstand hier eigentlich sehr, sehr stark Support bilden wird, wenn es soweit ist. Übergeordnet haben wir immer noch hier oben die 52.000 bis 50.000 Dollar. Das ist immer noch das übergeordnete Target, was wir mal errechnet haben. Aus dem 12-Tages-Chart heraus, da warten wir natürlich noch ein bisschen. Aber sobald wir hier in die blaue Zone kommen, dann ist sowieso langsam, aber sicher Feierabend. Weil hier werden dann die Shorts wieder erarbeitet. Und das haben wir ja vorher schon gesprochen, dass eben sobald 46.000 bis 46.500, dann ist dann wieder ein bisschen Feierabend, dann geht es dann wieder nach unten. Und was auch sehr interessant ist, wir haben hier ein neues Gap im Daily geschaffen. In der Regel wird das auch oftmals wieder abgearbeitet, aber das wäre dann Richtung 39,7. Das wäre dann ein Spread, den es geben kann, denn wir haben ja den Support gesehen, der ist massiv. Im Daily auch hier, er sei schon mehrfach ausgeschlagen. Sie sehen einen schönen bullischen Cross in der Kurz- wie auch in der langfristigen MICD. Aber auch hier sehen wir das Volumen abflachen. Der Preis steigt nach oben. Ist eine Bulltrap. Das nach dem Index heraus ist natürlich auch hier sehr, sehr wichtig zu beobachten. So, dann brauchen wir noch den 4-Stunden-Chart. Und beim 4-Stunden-Chart sehr interessant, denn als erstes sind wir aus dem Ascending-Trangle ausgebrochen. Haben dann die Liquidationsmauer hier bei 40.000 Dollar überschlagen, weil, wie wir es gesehen haben, die Bären sich zurückgezogen haben und sind dann als erstes heute Morgen noch ins Golden Pocket dran. Mittlerweile erarbeitet sich das Target hier ab, bei 41,59, also gefühlte 42.000. Hier oben, da wäre dann die J-Wave eigentlich fertig. Ob es darüber hinausgeht, werden wir sehen. Da müsste ja irgendwie noch ein Spot-ETF kommen. Aktuell gibt es eine Medienschlacht, sehe ich auch ein bisschen bei Grayskull und so. Da gehen die schon immer, immer weiter, weiter. Da schauen wir uns natürlich an. Was wir jetzt vielleicht noch tun sollten, ist vielleicht ein bisschen die Gegenwehr ein bisschen dazurechnen. Dafür lasst uns mal die hier wegnehmen. Und dann machen wir mal kurz die Gegenseite aus. Ich würde gerne tatsächlich auf die 41,59 noch hochgehen, weil ich glaube, die Euphorie steigt nochmals. Wir haben hier einen Zyklus gehabt. Dann hatten wir hier nochmal so ein kleines, sehr, sehr kleiner Bereich. Trotzdem würde ich den gerne mal kurz nutzen, nur für die leichte Korrektur zu schauen, wie tief. Das wäre hier auf die 41.000 Dollar. Das glaube ich, wird auf jeden Fall nochmal ein bisschen tiefer gehen. Wenn wir diesen Zyklus hier nutzen, das nach oben nehmen, das wäre dann schon ein bisschen realistischer. Dann sehen wir aktuell von der J-Wave her, wir nehmen gleich diesen Bereich hier, wäre eine Korrektur bei, also im Best Case auf die 40.000 Dollar, ziemlich genau. Aktuell trainen wir bei 41,480, auch sehr interessant. Und wir haben hier übergeordnet noch einmal die 41.000 Dollar, die nochmal angelaufen werden kann. Sofern die 41.250 Dollar brechen, das war jetzt, oder ist jetzt das 05, das war das damalige Golden Pocket. Das wäre natürlich sehr, sehr interessant. Übergeordnet hier lassen wir das auch nochmal ein bisschen drin. Wir nehmen dafür aber die J-Wave im bullischen Sinne mal kurz raus, weil die ist so gut wie abgearbeitet. So, da waren wir drin. Korrektur wäre auf dieses Level zurück. Das hätten wir dann relativ gut. So, noch ein bisschen fürs schöne Auge. So, gut, okay. Worst Case Szenario oder Bad Case Szenario haben wir jetzt vorher angeschaut. Aus den grösseren Frames heraus. Das bedeutet auch für uns jetzt, wir sind aus dem Trendkanal nach oben ausgebrochen. Das ist eine kleine Wahrscheinlichkeit. Dass das natürlich passiert war, war aber für uns ja auch schon in der Woche, wo wir darüber gesprochen haben, mit den ganzen Spekulationsnews etc. War das möglich? Ja, wir haben auch darüber gesprochen, hier mit dem Sending Channel, das nach oben ausbrechen kann. Dass diese Leakquelle ausgeschoben wird, da sieht man wieder, wie schnell solche Orders auch mal angepasst werden können, bleibt sehr interessant. Wir bleiben auch weiterhin für die Korrektur Wave hier gefangen. Theoretisch müssen wir eigentlich diesen Swing anpassen und nach oben ziehen. Was wir aber dafür tun können, ist eigentlich, wir nehmen dieses High, Lower, Low und wir brauchen nicht dich, Entschuldigung, sondern falsch ausgesucht hier. Da schauen wir jetzt mal die ersten Waves an, die wir damals hatten. Das hat ziemlich gepasst in dem Bereich hier. Das heisst, wir können das jetzt ein bisschen verstärken. Wir sind da mal von diesem Higher High aus zu diesem Lower Low. Und dann sind wir weiter zu diesem Higher High. Was wir jetzt noch tun können, ist eigentlich, die Wave hier zu verlängern. Dann könnte man jetzt das hier rausziehen und dann hätte man eine Verschiebung vom 10. Januar bis und mit Ende Januar, wäre dann eigentlich der Ausbruch realistisch, weil wir hier jetzt den Swing haben nach oben. Den halten wir jetzt mal noch, aber gehen trotzdem mit dem Gedächtnis rein, dass es schon früher hätte ausbrechen können, weil das kann sehr schnell gehen bei einer Korrekturphase. Das mal zum Thema Bitcoin, das lassen wir jetzt so stehen, da lehnen wir raus. Ich halte euch da natürlich dann auch hier weiter auf dem Laufenden und schicke euch auch ein Update in die Telegram-Gruppe, davon passt. So, dann haben wir bei Ethereum hatten wir genau das Thema, warum jetzt hier schon wieder die Linien teilweise echt verschoben werden, weiss ich nicht. Wir haben unser Niveau noch nicht ganz erreicht. Wir haben gesagt, wir können bis 2450 hochkommen nach der J-Wave. Hat noch ein höheres Target, selbstverständlich Richtung 34 hoch, was ich noch im Kopf hatte. Und zwar, wenn man den grossen Sale-Volumen dazu nimmt, das Volumen auf den Ausbruch setzt, dann sind wir bei 3250. Das wäre unser Target nach oben. Auch hier kann es noch ein bisschen weitergehen. Hier warten wir noch ein bisschen ab, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Denn auch hier haben wir natürlich die Gefahr noch mit dem Pull-Trap, die wir hier sehen. Abflagendes Volumen, steigender Preis. Haben eine RSI, die ein bisschen überhitzt ist. Bullischer Cross auf lang- und kurzfristigen MICD. Deshalb denke ich, dass wir hier sicher noch in dieses Target hineingehen, bevor es dann für eine mögliche Korrektur kommt. Die Korrektur wäre dann ungefähr wieder zurück auf die 2050-Dollar-Range. Das wäre ungefähr Pull-Back, liegt genau auf dem Support-Level. Also hier könnten wir runter gleich wieder Schwung haben für nach oben, wenn wir Glück haben. Und das erste Target liegt dann eben zwischen 2100 bis 2080. und worst case, oder besser gesagt bad case, liegt bei 1080 bis 1080, so in die Range. Immer noch bedenken, dass wir hier einen Bullischen Cross gesehen haben, der EMA 200 und 300, der sehr, sehr positiv ist für Ethereum. Also schauen wir da auf jeden Fall noch ein bisschen weiter zu. Das Call, das lassen wir unten stehen. Da hat sich nichts grossartiges geändert. Alles andere bleibt, wie es ist, das auch hier, werde ich hier nochmal durchschicken, damit ihr auf dem Laufen seid. So, das war es von meiner Seite. Ich wünsche euch einen wunderschönen Wochenstart. Bis zum nächsten Video. Ich sage Tschüss aus der Schweiz, bliebe gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Vielen Dank.